Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us mit 10 Leuten. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und hallo auch an alle Gäste. Hallöchen. Hallo. Hallo. Let's go. Wir sind Crew-Mader. Okay. Ich werde so schnell, ich werde Speedrun machen, alle Aufgaben. Es wird noch nie jemanden geben, der so schnell alle Aufgaben first try, weil es ein Speedrun ist. Wer hat da mir gezweifelt? So, bum 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 bum. Ich werde völlig ignorieren, wer der Mörder ist. Das ist mir alles scheiß... Logo, mach keine Faxe. Das ist ja wirklich so frech. Das kann ich um, das kann ich, aber weh dieses schneller, die Aufgaben war sowas, was... Mann. Oh mein Gott. Ich wollte dich gerade beobachten, ich habe kein Scan-Dings gesehen auf deinem Scanner. Die Wish-Wall-Tasts sind, glaube ich, aus. Achso, okay. Das sind deaktiviert, ich bin der Geist. Ey, es sind zwei Kills gefallen und ich und Lisa waren die ganze Zeit beieinander, das heißt, wir können es nicht gewesen sein. Das stimmt. Elina war es auch nicht. Ne, Elina war es auch nicht, die war gerade mit mir in den Weapons. Und Jonas ist gerade runtergerannt, ich denke nicht, dass er so schnell self-reported hat, als würde Jonas nicht tun. Achso, was kostet mich? Wenn es tut. Ja, es traue ich dir zu. Also ich kann Tim tatsächlich saven. Tim, wen hast du jetzt noch gesaved? Lisa. Elina. Elina, okay. Und Fabo und wer decken sich gegenseitig? Lisa. Ja. Lisa, Fabo, Jonas, Tim. Da könnte es doch noch Phil, Lauri, Elina, Logo sein. Weil ich ihn auffällig fand, dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Aber erzähl doch mal, was du so gemacht hast. Ich? Ja. Ich war in Electrical und hab da die Task gemacht. Kannst du das irgendwie bestätigen? Nö, bei mir war niemand. Nö, aber da ist Ben da hingelaufen in Richtung Electrical und war das jetzt tot. Ja, weil das Logo ist. True. Junge, Alter, es ist so Pro. Fabo ist übend. Oh Gott, ich habe das. Ich habe das Aussprache. Fabo ist so ein Profi, Alter. What the hell? Der checkt das immer Insta. In Electrical war niemand. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, wir haben alle so 15 Stunden Spiel. Das war so ein Fabo, 1500. Das merkt man halt auch, ne? Der ist echt krass. Da, wo ich Tim letzte Runde gekriegt habe. Obwohl ich Ben weiß man nicht, ne? Ich denke mal... Hä, wer hat ihn reported überhaupt? Weil Elina... Ja, ich dachte, er wurde reported. Haben die Karte durchgezogen. Wer wurde reported? Ben oder Chris? Chris wurde reported. Von? Nochmal? Von mir. Ah, okay. Sieht man doch am Sprechrohr. Ist doch mega unnötig, aber ich habe das so ein Gefühl. Zier Download ist das, ne? Ah, nee. Okay. Stopp die Zeit. Das wird Weltrekord. Zeit läuft. Ja, komm, scheiße ist das jetzt doch hier alles. Aber es wäre eigentlich voll geil, so persönliche Rekorde zu haben, oder? So für einen selbst. Also, ne? Also zum Beispiel die Aufgabe, dass ich die... Da ist mein Rekord jetzt, keine Ahnung, 14 Sekunden. Und dann wird die so eingeblendet. Und wenn ich es schneller schaffe... Das ist natürlich jetzt auch nicht bei jeder Aufgabe, sind bei einem Upload oder so. Das war schon schnell, glaube ich. Das war schnell. Vielleicht weiß ich aber auch gar nicht... Ich weiß ja gar nicht, wer der Mörder ist. Der eine wurde ja rausgevotet. Wer ist denn der andere? Lisa ist tot? Lisa hat nicht gerade noch gelebt? Okay, Lisa ist auf jeden Fall frisch tot. Wir müssen mal ihre Leiche suchen. Ich muss auch mehr diesen Trick benutzen mit sabotieren, Reaktor, dann Leute hier killen, weil dann rennen alle hier. Dann hast du hier schön relativ Alibi und so. Wer ist denn gelb? Das ist nicht Lisa. Das ist ja noch... Alter, der Imposter rasiert ja überheftig. Okay, findet die einer? Ach, die ist ja keine Sau, doch jetzt. Das ist Phil. Aber Phil könnte es natürlich eigentlich auch selbst sagen. Hä? Alter, der bringt ja einer nach dem anderen um, glaube ich. Hey, geht halt aber auch von mir keiner hin. Doch, er hat drei Leute. Oh, jo, drei. Der hat allein drei Leute umgebracht. Und ich hab mal eben eine Frage an Lauri. Wo bist du nach Elektrik hingerannt? Äh, Admin. Ich hab da neben Jonas meine Kabel verbunden. Und dann hab ich links auf den Monitor Admin geguckt, wo die Leute sind. Ich, Jonas, kannst du das prüfen? Stimmt. Tim, bist du ein richtiger Detektiker? Ohne Witz. Ja, weil ich hab's auch noch die ganze Zeit bei Kamera, aber er meint nicht die Kamera, sondern er meint diesen Monitor, wo du irgendwo die Charaktere siehst. Also warum sie die Töne zuwarten. Achso, ich war bei Elektrik. Das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Und Phil ist weg. Tschüss, tschüss. Ciao. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ich bin safe nicht. Wirklich. Lach ruhig, Tim. Müsst dir jemanden rausvoten? Wenn's zwei sind, ja. Wenn's einer ist, nein. Scheiße. Ja, das ist ein großes Problem. Also können wir mal skippen. Ich denke, Phil ist das ganz ehrlich. Langsam wird's aber auch von den Aufgaben her natürlich knapp, ne? Ich hab auch wirklich, meine Maus ist auch so schwammig, Alter. Ich kann diese Kabel gar nicht so gut verbinden. Das liegt nicht an meinem Aim. Frech, weil das behauptet. Das liegt an meiner Maus. So. Der hat grad drei umgebracht. Das ist auf jeden Fall ein... Oh mein Gott, Faro ist ein Haus. Hier liegt der doch... Äh, Jonas, richtig motiviert zum Emergency. Boom. Ich wollte eigentlich bloß mal gucken, ob noch alle leben. Das war alles. Mit wem hast du Reaktor gekriegt? Mit dir. Okay. Das war eigentlich alles. Ich wollte bloß gucken, wie es allen geht. Dann können wir skippen. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Gata. Würde ich mir die Aufgaben machen, ne? Hm. Okay. Ja. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Wir glauben ja, es ist Phil, oder? Na, es war schon eigentlich relativ legit, dass er das gesagt hat. So mit, ja, vote mich doch und so. Das ist so typisch Phil. Das wird dir der... Das sagt der, wenn er es nicht ist, glaube ich. Also mich so der... Warte mal, Lauri hat ihn doch bezichtigt. Lauri kenne ich halt. Nee, die... Tim. Tim kann es auch sein. Fabio, Chris, chillen, haben alle Aufgaben. Oh, Alter, schon wieder eine Leiche. Wer war denn das? War das Lauri? Nee, es ist... Ich kann mir... Weiß die Farben nicht mehr. Das können ja nicht viele sein. Tim und Elina waren sich. Die habe ich gesehen. Da müssen sie ja wieder Phil oder Lauri sein. Oder Jonas. Welche war bei den Jonas? Alter, ich habe keine Ahnung. Reportet den jetzt hier mal jemand? Alter, der hat der Impostor... Ui, oh nee, das ist krass. Impostor hat aber auch Glück, Alter, ne? Ist da jemand? Nee. Wenn die wüssten, das ist ja einer todlischt, ey. Den kannst du, glaube ich, sogar von der Kam... Ich glaube, den sieht man nicht von der Kamera. So, ey, das. Mikrofon aktiviert. Das war aber knapp, ne? Oh, ja. Aber was, Alter. Das war mal eine gute Impostor-Runde, ohne Witz. Weil da war noch irgendeiner tot. Obwohl ich am Anfang raus bin, habe ich die ganze Zeit die Türen für Phil... Ja, das war nice, danke dir. Das war wirklich... Das war insane. Ah. Uh. Die Sache, ich sage ganz ehrlich... Nee, da habe ich keine Aufgabe. Ähm... Ich muss mir eigentlich mal merken, welche Aufgaben... Mann, das ist aber... Man muss halt Farbe als erstes... Das Kabel, ne? Easy. Man muss halt Farbe umbringen als erstes. Ich sage ganz ehrlich. Weil Farbe ist einfach zu gut. Zu hohes Risiko, den Leben zu lassen. Ich sage es, wie es ist. Lisa und ich haben es gemacht. So sinnlos. Oh, Mann, ey. Egal. Oh. Ich weiß nicht mehr, wer links unten war. Komm, Fabo, sag wieder, wer es ist. Der Leiche liegt links unten in Lower Engine. Und, äh, ich glaube, Chris und Jonas sind durchgerannt. Wir waren zu vier Minuten im Cockpit. Der war in der Zeit, weil ich Cockpit heißt. Wie heißt denn das? Navigation. Navigation. Also, ich bin nicht nach Lower Engine rüber. Ich bin zwar mit euch Richtung Reactor, bin aber dann, als das, äh, als Reactor ausgegangen ist, Richtung Mad Bay runter und hab dort einmal die Samples angestoßen. Auf dem Rückweg müsst ihr mich angesehen haben. Das kann ich bestätigen, weil ich Chris auch gesehen hab. Und jetzt gerade bin ich in Admin. Deswegen kann ich auch sagen, dass eine Person gerade in Navigation zwar und drei Leute Admin auf jeden Fall. Den Rest hab ich leider nicht mehr in den Kopf. Und einer davon war tatsächlich ich. Ich hab den Upload gemacht. Ich weiß nicht, wer da war. Ich war auch Admin. Ich glaub, genau, Phil, du hast auch den Upload gemacht. Also, wir waren zu viel nach Reactor in Electric. Ich glaub, da war Lisa. Ich weiß nicht mehr wen, keine Ahnung. Ja, als du warst du zuletzt in der Elektrik. Ja, genau, ich war auch in der Elektrik. Und dann bin ich hochgelaufen zu wenden. Ah, okay, ich stand nämlich am Ende noch alleine in der Elektrik. Ja, ich hab mir nochmal um die Ecke. Ich wollte gucken, ob du gewendet bist, aber du standest dann da einfach nur in der Ecke rum. Ja, ich hatte einen Download gemacht. Wenden ist eh auch immer scheiße. Wer wenden ist, du irgendwie immer erwischt. Zumindest, wenn ich wende, ist das immer so. Er muss sich halt mal ein bisschen besser anstellen. Ja, anscheinend. Ja, cool, also skippen wir, oder was? Ja, gibt's irgendwelche Anhaltspunkte sonst? Ja, also Chris und ich können uns decken. Mehr kann ich nicht beitragen. Ich kann mich dann aus dem Film und Jonas rausnehmen, aus der Gleichung. So, ich hab, ich kann killen, ich kann killen. Das sollte ich auch möglichst schnell machen, glaub ich. Es muss V-O sein! Hä? Wie konntest du denn reporten? Ich bin halt da hingelaufen. Ich bin ja, bist du. Hä? Ich bin dir doch hinterhergelaufen. Jonas, wo, wo ist die Leiche? Bei Weapons. Jonas ist tot. Bei Weapons? Hä? Check, gar nichts mehr. Ich dachte, ich hab Jonas bei, äh, Admin gesehen. Das war, äh, Tim. Und Tim und Ben sind's auch. Nee, das sollte gerade auch Ben sein. Ey, da haben wir jetzt vier Imposte, oder was, hä? Nee, guck mal. Ich bin nach rechts gelaufen, dann waren da Jonas, äh, Tim und Ben. Richtig. Dann bin ich, äh, Admin gelaufen, hab hochgeladen und dann wollte ich oben checken, ob wer tot ist. Jetzt liegt da Jonas und Tim ist von da oben auch runtergekommen in Admin rein. Also, ich bin grad auf dem Weg von rechts unten, wie auch immer, das heißt, zu, äh, Storage. Okay, Jonas, äh, Jonas sag schon, Fabo, nach deiner Schlussfolgerung klinge ich echt sehr verdächtig, aber ich war es nicht. Jonas hatte ich nicht mehr gesehen am Ende, als ich da oben war. Der war, glaub ich, noch irgendwo in O2 oder so, und das hab ich nicht mehr gesehen. Ich bin sofort rübergerannt. Und, äh, um das mal zu prüfen, wen hast du denn gerade dann gesehen, als du dort entlang gelaufen bist, von Shields, also rechts unten, zu Storage? Nee, ich war in Storage ja nicht drin. Ja, aber du bist in die Richtung gelaufen. Ich möchte wissen, ob du da jemanden gesehen hast. Ähm, jetzt auf diesem kurzen Weg? Niemand. Da war grad Lisa. Nee, da war keine Lisa. Also, ich hab Lisa gerade in Communications getroffen. Da ist aber keine Lisa, hundertprozentig nicht. Nee, ich hab aber Ben auch nicht gesehen. Ich bin nach oben grad gelaufen. Ben noch ganz kurz... Ben noch ganz kurz... Was ist denn das, wo man, ähm, so diesen Mittelpfeil da treffen muss? Da hab ich eine Task gemacht. Und ich hab auch kein Ben gesehen. Warte, Ben, wo bist du denn gelaufen? Es tut Ben nicht entgegengekommen, und Ben hätte aber deinen Weg kreuzen müssen. Nee, er ist doch auch von rechts unten nach oben. Er müsste kurz nach mir hoch. Ah. Könnte aber auch wieder ein Selfie-Pulse sein. Nee, wir können auch skippen. Was für... Äh, wir können skippen, aber Ben... Let's skip. Wow. Ach so, oh, Fabo hat mich gerettet. Ey, wer hat für mich gewartet, die Ehrenlose? Ich war sowas von unbeteiligt. Alter. Zum Glück wollte ich snitchen und hab gewartet. Das hat mich ja grad gerettet. Sonst wär ich raus gewesen. Man, ich renn von Fabo weg, ne? Ich hab Angst vor Fabo. Ich sag, wie ist das, Alter? Fabo kill ich. Wenn ich den sehe, einfach auf Risiko. Kill ihn einfach. Kill ihn, Lisa. Okay, schade. Ich kann keine Tür zunehmen, verdammt. Das war gut, das war gut, das war gut. Aber das Ding war so fix und ich gehörte, das habt ihr auch keinen Bock drauf, oder? Ich bin grad zur anderen Seite gelaufen, Ben. Ben, du bist mega sass, das gerade war. Das ist ein Läuft von dir. Ben, wo warst du? Ne, warte, darf ich erst mal sagen... Er war in O2. Alter, stimmt, ich wollte es lieber fixen, statt zu reporten. Ich wollte es dann auf der anderen Seite laufen. Das war dumm, sorry, Tom. Aber lauf es ja vor einem Jahr. Ja, ich hab dich ja gesehen. Ja, Lisa und ich waren bei O2, das Ding halt zu beheben. Ja, ich war nur auf der vollen Seite. Hä? Du bist doch mit Logo unten aus Torwich rechts über Shields da hingerannt. Ich hab euch beide gesehen, weil ich noch dauernd in der Ecke war. Und jetzt hab ich schon gedacht, okay, Ben und Logo rennen zusammen und dann lag Logo da tot. Und ich denk mal, dass ja niemand von euch abgebogen ist, wenn ihr beide O2 fixen wolltet. Ich weiß nicht, wo Logo hingerannt ist. Wo hast du denn gefunden? Ja, der lag direkt vor O2, vor dem Eingang. Ich hab O2 in Admin gefixt. Und ich kam von ganz links. Also Tim hätte auch zurücklaufen können, so ist es auch. Ich hab in Admin aber schon gefixt, er war schon 1 von 2 und das war ich. Hm, okay. Gut, man weiß ja nicht, ne? Nee. Und Fabo war, glaub ich, gerade irgendwo elektrik, oder? Ja, ich hab meine letzten 2. Ja, moin Fabo, ignoriert einfach, dass wir grad verlieren. Also ich hab einen Sass auf Ben. Aber ich glaub, es ist echt nur noch einer. Wenn's irgendwer anders war, war's richtig krass. Aber Ben und Logo sind da los Torch da zusammen rübergerannt und Logo lag jetzt tot. Aber ich war ja auch da. Ich hab Ben ihn nicht abmutzten sehen. Ach, ihr wart ja zu dritt. Aber Logo, ehrlich gesagt, hat er nicht mehr gesehen. Weil ich hab's ja nur noch Ben gesehen, dann bin ich weggelaufen. Nee, ich war halt, ich bin in diesem Weg zu... Äh, wie heißt denn das? Cockpit, ich nenn das jetzt einfach immer Cockpit. Da bin ich. Weil ich gedacht hab, das macht eh dann jemand anders und ich wollt die Task machen. Und dann hab ich gecheckt, dass es doch keiner macht. Und dann wollt ich grad wieder zurücklaufen. Und dann hast du, also, ne, dahin. Ja, okay, dann ist es Lisa. Was? Warum bin ich? Ja, weil ihr drei da wart. Und wenn Ben dann ein Dings war und jetzt so dritter rumgerannt ist, dann muss es ja Lisa gewesen sein. Also ich hab sonst keine Anhaltspunkte. Was ist Tim? Hallo? Ciao, Lisa. War bestimmt richtig falsch. Also ich hab Tim gewartet, ich bin ehrlich. Was? Wir sind noch zu viert. Wenn ich jetzt einen Kill hab, hab ich ja verloren. Scheiße. Okay, jetzt, dass sie da alle dahin rennen, ist ja auch maximal dumm, Alter, eigentlich. Ich mach einfach ein Nerdschluss, ich glaub nicht, dass ich Suss hab. Ich geh jetzt auf Risiko. Vielleicht werd ich nicht rausgevotet. Äh, war jetzt ja... Ich muss einen per Voting rauskriegen, irgendwie. Alle Tim voten? Fertig. Warum? Keine Ahnung, einfach so. Es gibt mir hier zu machen, Aufgaben wie Tef. Ich hab meine Aufgabe schon lange fertig. Ja, ich auch. Mir steht noch eine, aber ich dachte, ich drück hier mal. Tim? Ja, für... Ja. Wie hoch ist denn der Balken? Nee. Eine Task oder so fehlt noch. Keine Ahnung, wer auch immer die hat. Machen. Okay. Aber einfach alle zusammen rumlaufen, bitte. Boah, einen richtigen Assi-Move. Na, eins ist am rumlaufen, ist verboten, oder? Na, lass nochmal... Nein, das sind einfach die Regeln. Ist ja übelst asozial sonst. Ich hab gesagt, ich hab noch eine Aufgabe, also geh ich jetzt hier runter. Ja, moin, ich hab eh verloren. Und ich muss irgendwie darauf hoffen, dass sie die Scheiße hier nicht finden. Also die Leiche. Ja, Digga, was soll das? Leute, wenn ich den kille, während wir alle beieinander sind, dann sehen die doch nicht, wer den gekillt hat, oder? Ey, ist das so falsch. Ich muss halt den irgendwie killen, sodass man es nicht sieht. Wichtig, wichtig. Nein! Fabo, du Sau, Alter! Ja, das war leider... Was, was, was? Warte, 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 warte. Wotest du mich? Nein! Natürlich wot ich dich. Du hast ihn gerade umgebracht. Ja, ja. Ich bin doch mit Fabo gelaufen, wenn das... Ja, die hat ihn gekillt und... Ja. Alter, Phil, du bist so ein Verlierer. Ich hab's doch gesehen! Das hätte Fabo gar nicht sein können. Mann, Scheiße, ey. Da hab ich Ben einfach beim Lügen erwischt und Lisa hat ihn gekappert, weil sie zweiter Imposter war. Ben, wie du einfach keine killst warst! Sorry, Chris. Ben und Lisa waren keine Situation, aber dafür... Ach Mann, ey, aber es war knapp. Aber ich wollte danach eigentlich... Ich wurde direkt dabei erwischt, quasi. Ja, Tim hat uns so reingeritten, aber mich hat so gewundert, dass die anderen das nicht gecheckt haben, weil es hat gar keinen Sinn gemacht, was sie gesagt haben. Weil ich hab gesagt, ich hab das grad gefixt. Dann sagt Tim, hä, aber die Leiche liegt genau davor. Also, hätte ja jeder mit nem 50er-Q checken müssen, dass ich grad voll gelogen hab, weil es gar nicht sein kann. Dann hab ich später gesagt, ich war plötzlich in nem völlig anderen Raum. Lisa, ja, stand ja genau daneben. Das hat voll keinen Sinn gemacht, was wir gelabert haben. Das hat irgendwie keiner gecheckt. Jo, das war ne knappe Runde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Flaggen, Like-Button. Bis morgen, euer Benzern. Tschüssi.